17 Sendungen, davon sogar einige von DHL Express. Bin ich ja mal gespannt. Was zum... Ne, ich will es gar nicht wissen. 17 Sendungen und wir warten übrigens noch einige Sendungen in mehreren Postfilialen, die umgeleitet wurden. Das bedeutet wahrscheinlich, dass der Inhalt dieser Sendung einfach zu schwer oder zu groß für die Parkstation ist. Und ich kann es gar nicht erwarten, bis endlich Montag ist. Bis ich die rundebaren Sachen abholen kann. Ich freue mich schon auf meine Nachtschicht jetzt. So, die nächste Runde. Und wir haben noch sieben weitere Lieferungen hier. Das sind aber alles Fächer, die so groß sind, wo dann mehrere drin sind. Da laufe ich lieber noch mal eine Runde, bevor ich hier überladen werde. Ich bin mir sicher, heute kommt noch Mais oder sowas. Wir sind zurück an der Front. Wir gehen all in. Oh. Hm. Okay. Das ist relativ leicht. Das kann ich so tragen. Und hier würden auf jeden Fall noch so zwei kleinere Pakete reinpassen. Ich mache jetzt noch einfach auf. Nein, 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 nein. Hm. Ich dachte gerade, das ist ein Paket voller Gammelfleisch, weil das halt so komplett durchgeweicht war. Aber DHL schmeißt anscheinend auch sehr schwere Pakete einfach achtlos rum und hier sind zwei Dosen kaputt gegangen. Ja, aber nicht so schlimm. Ja, aber nicht so schlimm. Alter, krass auf jeden Fall. Ansonsten Anzeige da, illegale Müllentsuchung. Ja, da muss sich derjenige, der sich hingestellt hat, das stimmt jetzt einscheißen und das direkt zum Schrottplatz bringen. Ey, ich kacke mir in die Hosen, sowas ist so geil, Alter. Oh Mann, ich wünschte, ich müsste gerade kacke, dann würde ich direkt noch einen Haufen in das Waschbecken legen. So, die letzten Pakete. Oh, danke. Einfach nur danke, dass das jetzt nicht so eine Riesendinger sind. Denn das ist nicht alles, was ich nach Hause tragen muss. So, das sind die ganzen Dosen, die nicht kaputt gegangen sind. Also zwei so eine Stiegen habe ich schon zu Hause. Und die sind alle kaputt und ausgelaufen. Das ist eine Schweinerei. Das ging jetzt zweieinhalb Stunden. War das krasseste Workout, was ich seit sehr langer Zeit hatte. Danke auf jeden Fall an jeden, der mir was geschickt hat. Ihr seid geisteskrank. Junge.